So, der große Yarak wünscht dem Sucuk alles Gute zu seinem 50. Geburtstag. Auf geht's, Kiekes. Ja, da bist du in einem richtigen Scherzbold aufgesessen. Muss ich jetzt mal nicht übersetzen. Also ich würde sagen, jeder Offenbacher weiß ungefähr, was diese Worte bedeuten. Wird auch an der Kamera gegrinst. Lars, erkläre ich dir in der Halbzeitpause, was diese Worte bedeuten. Na gut, das ist ein bisschen ein Fachjargon. Ja, ja, also da sind ein paar richtige Comedy-Götter gerade an der Tastatur gewesen.